Moin, Heri und Herzlich Willkommen. Matze wieder am Start. Und wir müssen Skeps erschließen für die Quest Setup und PMCs für auch eine Quest. Jetzt ist es mit einer scheiß Namen. Nee, Setup war die PMCs und das andere. Setup war jetzt leck mich aber. Alter, ich habe es komplett vergessen. Panischer Part 3, genau mit der Skeps mit der AKS-74U und Setup die PMCs. So, jetzt war ja durch den Wind. Irgendwie, na gut, es war schon spät. Ist das wahrscheinlich? Was denn los? Was? Was denn? Na jetzt nicht. Alter, wie er nochmal aufgesprungen ist. Nein, mein Magazin verloren. Nein. Wo? Am Berg irgendwo habe ich es gewechselt. Wie der Winde weggeschmissen. Gewechselt und weggeschmissen. Wie der Winde weggeschmissen. Ich habe nicht die Oberfläche. ein magazin da er hat er noch nicht mit dem da Oh! Die Mästchen geht weg, die warme Sämme. Hatte der einen Respirator auf eigentlich? Den brauche ich für Interchange. Scheiße, ich hätte mir Munition mitnehmen sollen. Wer konnte das ahnen? Noch mal runter. Das ist ja nicht voll. Das ist ja nicht voll. Das ist ja nicht voll. Alter, die handeln sich ja da rum wie Scheißauspiegel am warmen Spiel. Da muss doch einer dabei sein mit einem A-K. Das war irgendeine Lampe vom Auto. Das war ja auch wieder nichts. Das war ja nicht. Das ist ja nicht voll. Das ist ja nicht voll. Das ist ja nicht voll. Also, ich hatte ja schon mal versucht den Rand zu machen. Ich habe es gerade von Prabor wieder abgeholt. Da waren es drei Scaps. Lass mal sehen. Jetzt habe ich schon zehn Uhr einen Haufen geschossen. Das ist ja nicht voll. Dann sind sie mit der Hand. Das ist ja nicht voll. Das ist ja nicht voll. Ich habe es nicht voll. Ich habe es nicht voll. Das ist ja nicht voll. Das ist ja nicht voll. Ey, ich muss da runter. Ich muss Munition sammeln. Wie viel muss ich überhaupt noch schießen? 25. 25. 21. 21. 22. 23. 25. Da war das. Irgendwann hat noch einer gesapptet. Natürlich habe ich jetzt auf den ersten Blick keinen gesehen, der eine AK hatte. Ich kann nicht reden, wenn hier noch irgendwo einer ist. Ich kann nicht reden. 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 Das war's für heute. habt ihr denn alle nur scheiße in Glocke Das kann doch nur ein schlechter Traum sein. So, mit dem Lappen, 47 Kilo, Mann, das gibt es doch nicht. Das ist immer einer. Ja, da wird, da wird. Was faucht denn hier, wie so eine Katze? Oh, dann hat es direkt drüber gewedelt. Neun Minuten noch, ey, man kommt zu nichts. Was ist der Planke aussehen? 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 Wie viel brauche ich denn überhaupt noch? Was ist der Planke aussehen? 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 Oh, der hat einen Raspirator. Der hat eine Gasmaske. So, eine noch. Nein, ich muss aber langsam mal. Was ist der Planke aussehen? Scheiße. Okay, das war's. Ich weiß nicht, wir können zum Exit. Ey, ich hoffe... Was ist gut ist da? Was ist der Planke aussehen? 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 Das waren jetzt 22 Skeps. Und? 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 Ja! Oh ja! Yippie! Yes! Geilomat! 7700. Es sind 22 müssen es gewesen sein. Genau. Oleg Programmist. Alter. Er ist Programmist. Bei Intel.